Servus, das ist mein Freund Henning und das ist mein Freund Xaver. Wir sind von den Söhnen Mannheims und ihr seid zu Hause vielleicht gerade, vielleicht seid ihr auch bei der Arbeit, kann auch sein. Viele gucken ja Radio Regenbogen gerne, Regen gerne Bogen und wir schlagen gerne Bögen und ja, wir sind jetzt wirklich hier, um dir zu sagen, dass du auf radioregenbogen.de unsere Konzerttermine. Ja, ich bin ja gerade erst in ein kleines Apartment in der Studionähe eingezogen und das muss noch ein bisschen eingerichtet werden, deshalb suche ich nach guten Konzeptideen, wie man ein Zimmer halt eben hervorragend für einen Rockstar einrichten kann und damit verbunden wäre allerdings 24 Stunden Arbeit in Form von Wohnung putzen, Bett beziehen, Bett machen und mir so zwei, drei Stunden Freizeit organisieren. Also wer Lust hat, auf radioregenbogen.de. Wow, aber natürlich bezahlungsmäßig. Wir haben leider kein Budget. Aber ansonsten, wir sind lieb und Radio Regenbogen sponsert uns, deswegen sind wir auch jetzt hier und wir sind in Nukam dabei, das wisst ihr ja und deswegen wäre es auch echt geil, wenn ihr da sehr, sehr viele Klicks draufhaut, dann tun die von Radio Regenbogen uns auch mal spielen. Ja, absolut.